Was geht ab Leute, Zane ist wieder da und zwar mit den Spoilern zu Kapitel 913. Auf der Coverpage sehen wir, es ist 17 Uhr und Olympus verlässt die Insel. Hawkins sagt, die Überlebenschance von Zorro und Ruffy im nächsten Monat betragen nur 19%. Zorro spürt die Präsenz von Ruffys Schwert und fragt ob es denn ein Maito sei. Die Echse von Hawkins springt auf Ruffy zu und dieser packt sie am Nacken und schleudert sie zu Hawkins. Hawkins zieht auf einmal ein Strohschwert und tötet die Echse. Zorro versucht Hawkins zu zerschneiden, doch dieser nimmt einfach keinen Schaden. Hawkins hat eine bestimmte Menge an Strohpuppen, welche seine Untergebenen repräsentieren. Kriegt er Schaden, stirbt eine dieser Strohpuppen. Dafür bekommt Hawkins aber keinen Schaden. Plötzlich verwandelt sich Hawkins Strohschwert in eine Figur, eine riesige Voodoo-Puppe. Hawkins zieht eine Karte, es ist die Gegenseite des Narren. Als die Untergebenen Hawkins diese Karte sehen, kriegen sie Panik und rennen weg. Der Komainu packt plötzlich Ruffy und Zorro in seinen Mund, Otama geht es immer schlechter. Hawkins zieht nochmal eine Karte und es ist der umgedrehte Papst. Die Strohfigur fängt daraufhin an, den Komainu zu verfolgen. Wenn Hawkins seine Hand bewegt, bewegt auch seine Puppe die Hand. Es hat in der Hand einen Stab mit Nadeln dran und kann sogar Nadeln verschießen, welche sogar Zorro verletzen. Hawkins zieht nochmals eine Karte, das ist ja fast wie in Yu-Gi-Oh und sieht voraus, dass jemand Ruffy zur Hilfe kommen wird. Und plötzlich hört die Woodoo-Puppe mit der Verfolgung auf. Ruffy und der anderen sind mittlerweile auf dem Rücken des Komainus. Die Frau, die sie vorher gerettet haben, dankt ihnen. Sie hatte sich aufgrund des schlechten Wetters einen Unterstupf gesucht und dabei Komainus Schwanz ausgewählt. Ihr Name ist O-Zuru. Sie besitzt einen Teeladen in der Stadt. Geil. Sie sagt, man sollte an ihrem Laden halten wegen der Medizin. Interessant ist an sich, dass O-Zuru sich ihren Namen mit Vize-Admiral Zuru teilt. Diese alte Oma mit ihrer Wäscheleinenfrucht oder wie auch immer die heißt. Liegt da in irgendeiner Form eine Verbindung? Hmm. Ruffy und der anderen kommen in Okobore an. Was so viel bedeutet wie Schrott. Vermutlich heißt diese Stadt einfach so, weil sie arm und in Schott in Asche gelegt ist. In O-Zurus T-Haus ist ein Sumo-Wrestler namens Yokozuna Urashima. Und dieser Name ist doch wieder sehr interessant. Yokozuna ist nämlich der höchste Rang, den man im Sumo-Ring erreichen kann. Zudem ist ein bekannter Wrestler unter dem Namen Yokozuna bekannt. Liegt womöglich dran, da der Wrestler sehr an einen Sumo-Ringer angelehnt ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Yokozuna möglicherweise sogar im echten Leben, also vor seiner Wrestling-Zeit, Sumo-Ringer war. Wenn ihr das wisst, schreibt es einfach in die Kommentare. Zudem dann aber auch der Name Urashima. Denn es gibt eine Legende in Japan, die sich um den Fischer Urashima-Taro dreht. Welcher eine Schildkröte rettete und sie zum Drachenpalast im Meer brachte. Dort wird er unterhalten von Prinzessin Otohime. Er verbringt dort 100 Jahre. Später als sie die Tamate-Baku-Box öffnete, wurde er zu einem alten Mann. Drachenpalast, Otohime und die Tamate-Baku-Box. Alles Sachen, die wir aus One Piece schon kennen. Bin mal darauf gespannt, ob es nur ein Nebencharakter wird oder er innerhalb der Story noch von irgendeiner Bewandtnis ist. Mit diesem Namen könnte man die ein oder andere Theorie schon aufbauen. Auf jeden Fall fragte Wrestler das Mädchen Okiku, ob sie nicht seine Frau werden würde. Sie hätte dann genug Geld und Reis. Daraufhin tauchen Ruffy und die anderen im Teeladen auf. Utsuru sagt zu Okiku, dass sie schnell die Medizin machen soll für Hotama. Lost Piraten beobachten die ganze Szene von einem Berg aus. Und überlegen, ob sie zu Ruffy gehen, bevor er noch größere Aufregung beherbergt. Waren möglicherweise Beppo und die anderen beiden die Rettung für Ruffy, die Hawkins vorausgesehen hat? Ruffy benutzt komischerweise in diesem Kapitel das Schwert überhaupt nicht. Er schlägt nur mit seiner Faust zu, die das Schwert hält. Ganz, ganz komisch. So viel möglicherweise zu all diesen Theorien, dass Ruffy noch das Schwertkämpfer-Gen in sein Blut hat. Aufgrund der Schattenfrucht von Moria damals, wo er auch einen Schwertkämpfer-Schatten in sich hatte. Naja, wie gefallen euch die Spoiler und das Video? Wenn gut, dann lasst mir doch gerne ein Abo und ein Like da. Freue mich natürlich auch über jeglichen Kommentar. Und wenn ihr Lust habt, schaut doch mal bei mir auf Twitter vorbei. Hier erfahrt ihr immer von meinen neuesten Videos. Und ich poste dort regelmäßig auch andere Neuigkeiten, zum Beispiel, welchen Anime ich momentan gucke. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao! Shut your mouth!